Jojojo Naja, wie gesagt, also Asche zu Asche, Staub zu Staub und werde halt dann aus dem was überall ist wieder was neues bauen hier oben drauf meine Basis ist relativ sicher die ist einmal umgeben von Wasser jetzt noch ich hatte eben auch gedacht, so ein Baumhaus ist eigentlich cool und schick das ist auch nochmal so eine Holzplattform, die dann drumrum ist als Wald dass es nochmal von einem Wald drumrum geschützt ist ich habe wirklich nur nicht an Feuer gedacht ich habe eben nicht wirklich aufmerksam daran gedacht dass es brennen könnte das war mir erst bewusst, als dann das fing irgendwie oben an ich war noch am letzten Steinsitzenden von oben dann ja von oben, also Blätterdach fing dann irgendwie Feuer an und dann brannte sich das rundherum runter naja, wie gesagt, wie ich auch im letzten Video sagte, hier vorne fängt es jetzt auch an der Eingang wird auch niedergebrennt es wird ein bisschen was stehen bleiben, ein bisschen was überbleiben, aber ne, ein Großteil also, was heißt hier ein Großteil also der ganze Baum ist zerstört der da rum eigentlich war war komplett darum hier wie da zu sehen diese Mauer war einmal rundherum bis auf einen kleinen Durchgang jetzt gehe ich noch mal ein bisschen hier gucken jetzt gehe ich noch mal ein bisschen hier gucken jetzt gehe ich noch mal ein bisschen hier gucken das ich vielleicht noch mal ein Außenansicht kriege da hinten brennt es auch noch da brennt alles ab alles was um der eigenen Lage ist das kann letztlich noch der Bogenschütze hier zu fetzen ich trauere noch ein bisschen um mein Baumhaus es war wirklich auch eigen ja viel Denkweise also ich nur dachte es sieht schön aus und es hat Sinn, dass es eben Schutz gibt Aber an Feuer habe ich wirklich nicht gedacht, da da ist. Naja, wie gesagt, hier drinnen wird alles beständig bleiben. Das bleibt auch alles beim Alten. Und hier draußen werde ich dann Feinheiten machen. Ich glaube, ich fange jetzt auch gleich ein bisschen an, hier ein bisschen Feinheit auszubauen. Aber in diesem Video. Zumindest wieder einen Grund erstmal reinkriegen. Also da ist eine Menge Arbeit jetzt. Außen alles wegmachen, was dann Überreste dann ist. Ich schieße schon wieder die Bogenschüste. Das war so nice. Also wirklich, es war rundherum gesichert mit, wie ihr hier die Überreste sieht. Es war ein reines Mauerwerk da drumherum und nach oben ein Baum gewachsen. Und dann ist er weg. die hätte ich euch gerne ein Baumhaus gezeigt, aber Baumhaus sollte man gucken, weil wie gesagt das Feuer kam von oben, ich kann es mir immer noch nicht erklären, ich habe auch keine Gegner oder so gesehen auf einmal brannte es von oben und brannte rundherum, ich stand hier drin auf einmal brannte es von oben nicht nur so ein Mistfeuer wie gesagt, hier seht ihr jetzt die Überreste, das Feuer lässt auch langsam jetzt nach hier seht ihr auch, dass ich schon ein bisschen Glas vorbereitet habe, also Glas ist kein Problem dann werde ich hier alles rundherum abbauen, auch eben die Mittel, wo ich die Basis hoch gebaut habe für den für den Basisaufbau des Baumhauses werde ich natürlich dann bestehen lassen die Mittel also was wir hier im Zentrum aufgebaut haben nach oben, wird oben den Glas da drüber rundherum wie hier werde ich dann abbauen was übersteht, wie gesagt ich habe im letzten Video auch gesagt, ich werde wahrscheinlich unter den Fenstern dann werde ich Holz lassen, einfach so zur Deko der Rest wird nicht mehr aus Holz darüber gebaut weil ich habe keine Lust, dass die ganze Arbeit von zwei, drei Tagen wieder einfach abbrennt und ja wie gesagt das Holz rundherum kommt weg auch draußen also was um um die Basis herum ist da werde ich mir irgendwas anderes einfallen lassen die, die das hier verfolgen werden es dann noch mitbekommen es geht jetzt einfach darum die unschönen Überreste erstmal zu entfernen weil ich meine, klar, ich könnte jetzt auch sagen, ich ziehe wieder Holz hoch rundherum, aber dann habe ich nach einer Woche oder irgendwann wieder das Problem, dass irgendwo was Feuer fängt und dann kann ich wieder ein Video dazu beitragen wie meine wie meine Basis, ähm, abbrennt das ist eigentlich nie Sinn und Zweck, ähm meiner Minecraft Video Serie hier sondern ich wollte auch ein paar schöne Sachen zeigen naja, wie gesagt, hier muss noch ein Holz drunter und wie gesagt, dann Mitte lass ich ziemlich weil mittel werde ich dann nochmal nicht wieder hochbauen wie gesagt, das ist nur eine Menge Arbeit jetzt ich muss draußen alles alles was dann Überreste ist wegmachen naja, kommen wir noch ein paar Zombies an hier naja, kommen wir noch ein paar Zombies an hier die in der Kumpel die Schöne ja wie gesagt ich werde hier in Ruhe Tag zu wenn nicht die ganzen Zombies sind was ein bisschen aufräumen mit den Sachen die hier man sieht es auch oben noch bleibt nicht alles bestehen einzelne Holzbalken und sowas kommt weg ähm ja hier auch der Restaurant die Bäume kommen weg wie gesagt Essen habe ich genug das ist auch nicht das Problem naja ich bin vollkommen in meiner Basis normalerweise ausgerüstet und die befindet sich ja hier hinter hinter dem Sand und Gestein ah das draußen rum das sollte nur eine Verfeinerung sein das sollte ein Baumhaus sein was schönes sein in der Basis in der Basis selbst wie gesagt erstmal müssen die hier durch den Wasserfall schwimmen da müssen sie gegen anschwimmen und dann ist da direkt die Tür ich brauch nur die Tür aufmachen reinhauen in den Wasserfall falls da irgendein Gegner ist und dann würde er ja auch schnell Game Over sein ok 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 dann geht's Vielen Dank.